Die neue Investmentplattform Nao ermöglicht es den Privatanleger in Hedgefonds, Private Equity und weitere Instrumente zu investieren. Ich selbst habe vor über 6 Monaten 1000 Euro investiert und teile in diesem Video meine Erfahrungen mit dir. Dazu blicken wir auf die folgenden Punkte. Was ist der Mehrwert von Nao? In welche Instrumente kann man investieren und wie hoch sind hier die Gebühren? Und schließlich, wie sich mein Investment entwickelt hat und ob sich auch ein Investment für dich lohnt. Zur Transparenz, wenn ihr euch über meinen Link anmeldet, erhalte ich eine Provision. Für euch entstehen keine höheren Kosten. Wenn ihr euch wirklich dafür interessiert, dann schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Allgemein ermöglicht es Nao, den Privatanleger in schwer zugängliche Investments zu investieren. Sie bezeichnen sich selbst als das Family Office in deiner Hosentasche. Und ein Family Office, das verwaltet entsprechend das Vermögen von einer oder mehreren reichen Familien. Und gerade wenn man so viele Millionen an Volumen zur Verfügung hat, stehen einem natürlich ganz andere Möglichkeiten offen. Also man kann hier in viel komplexere Produkte investieren, der der Regulator noch vor einigen Jahren dem Privatanleger vorenthalten hat. Insgesamt gibt es vier unterschiedliche Instrumente, in die du alle schon bereits ab 1000 Euro Mindestanlagevolumen investieren kannst. Das erste Investitionsobjekt ist ein Hedgefonds, und zwar der UBS Global Long Short Equity. Und dieser verfolgt eine Long Short Strategie. Ich bin long bei einer Position, wenn ich hier steigende Kurse erwarte. Also ganz normal, wenn ich auch ein ETF kaufe auf den S&P 500, dann bin ich im Sinne long auf dieser Position, weil ich hier einen Kursanstieg erwarte. Im gleichen Zug investiert dieser Fonds aber auch in Short Positionen. Und das sind Positionen, wo man auf fallende Kurse wettet. Sprich, man kann also auch profitieren, wenn man denkt, okay, dieses Unternehmen, das sieht schlecht aus, das wird in Zukunft stark an Wert verlieren. Kann man auch darauf wetten in diesem Sinne und auch Geld verdienen, wenn das wirklich eintritt. Und das ist auch der klassische Unterschied zu einem normalen Fonds, sage ich mal, dass man hier auch von fallenden Kursen profitieren kann. Ziel ist eine solide Rendite bei geringerer Volatilität, also geringeren Wertschwankungen als der Aktienmarkt. Und so ein Produkt ist schon relativ komplex. Es gilt wie immer, mach deine eigene Recherche und investiere auch nur in Produkte, die du wirklich verstehst. Die Gebühren, 1% beim Kauf, also bei Now ist es immer so, wenn ihr diese 1000 Euro Mindestvolumen investieren wollt, müsst ihr dann 1010 Euro aufladen. Die laufenden Kosten liegen bei 1,5% und die Verkaufsgebühren nochmal bei 0,5%. Der Fonds selbst gibt eine Zielrendite nach Gebühren bei einer Haltedauer von 3,4% im mittleren Szenario an und von 6,7% pro Jahr im optimistischen Szenario. Das heißt, aus meiner Sicht ist die Zielrendite hier auch relativ gering. Es handelt sich primär, dass man wahrscheinlich eine geringere Volatilität erzielen will. Als nächstes haben wir einen Infrastrukturfonds und zwar der UBS Infrastructure Opportunities Fund. Und dieser investiert in Infrastrukturprojekte, also sowas wie Solarparks oder Windanlagen. Und das kann man sich eigentlich so vorstellen wie ein Weed, also ein Weed & Statement Trust, der ja in Immobilien investiert, nur nochmal eine Schippe komplexer, also wirklich große Projekte, die hier finanziert werden. Die Gebühren liegen hier bei 2% beim Kauf, 2,5% pro Jahr für die Verwaltung an und 0,79% beim Verkauf. Ebenfalls gibt es eine Lock-Up-Periode, das bedeutet, dass ihr in den ersten drei Jahren eure Anteile nicht verkaufen könnt. Bei solchen Produkten ist das aber auch nicht unüblich. Die Zielrendite nach fünf Jahren nach Gebühren liegt im mittleren Szenario bei 7,9% und im optimistischen Szenario bei 10,2% pro Jahr. Nao selbst gibt hier eine Zielrendite von 9% an. An dritter Stelle haben wir Private Equity und konkret den UBS Evergreen Secondary Fund. Und Private Equity ist, wie der Name schon sagt, entsprechend Eigenkapital von Unternehmen, die nicht an der Börse gelistet sind. Das heißt, hier wird oft in kleinere Unternehmen investiert, mittelständische Unternehmen und ein Private Equity Fonds. Der gibt nicht nur Geld dabei, sondern der hat auch meistens Expertise und hilft mit, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und ich selbst habe im März 2024, also vor sechs Monaten, 1.000 Euro in dieses Produkt investiert. Die Vermittlungsgebühr lag bei 2%, also ich musste 1.020 Euro aufladen, das dann für das Investment getätigt wurde. Und es war so, dass einmal im Monat sozusagen investiert wurde und in dem Monat konnte ich meine Order platzieren. Die laufenden Kosten liegen bei 3,1%, die sind aber schon im Net Asset Value berücksichtigt. Ich will hier auch noch zwei Sätze zu diesen Gebühren sagen. Es ist einfach ein ganz anderes Instrument als ein ETF. Beim ETF, da bin ich nur passiv dabei und investiere in börsengehandelte Unternehmen. Das ist von dem Aufwand, der dahinter steckt, einfach viel geringer. In Private Equity, diese Deals müssen ausgehandelt werden, da müssen Bewertungen durchgeführt werden. Also es ist einfach eine große aktive Leistung. Deswegen sind hier auch die Gebühren deutlich höher. Die Zielrendite liegt hier nach Gebühren, nach fünf Jahren, im mittleren Szenario bei 20% pro Jahr und im optimistischen Szenario sogar bei 24% pro Jahr. Nao selbst gibt eine Zielrendite von 14% an. Persönlich fand ich das spannend, in eine neue Anlageklasse zu investieren und mein Portfolio noch weiter zu diversifizieren. So habe ich dann im März 2024 gekauft, zu einem Preis von 114. Mittlerweile sind die Anteile um 4,68% angestiegen, auf knapp über 119. Nehme ich hier die Kaufgebühren, die ich gezahlt habe, weg, so habe ich wirklich nur knapp 3% plus gemacht. Und das liegt natürlich deutlich, also sehr deutlich unter den 14%, die ich pro Jahr erwarte. Jetzt muss man aber auch sagen, dass die Vermittlungsgebühr von 2% natürlich in so einem kurzen Zeitraum sehr stark ins Gewicht fällt. Das Investment ist ja auch eher langfristig ausgelegt und je länger ich investiert bin, desto geringer ist ja auch der Einfluss von der Kauf- und der Verkaufsgebühr. Als viertes gibt es noch Aktienanleihen und hier kommen wirklich sehr viele Angebote rein mit unterschiedlichen Aktienanleihen auf unterschiedliche Basiswerte. Wie das genau funktioniert, das habe ich im letzten Video genauer erläutert. Lohnt sich das jetzt für den Privatanleger? Meine Meinung, als Vorteile sehe ich ganz klar, dass wir in eine neue Anlageklasse investieren können und so eine höhere Diversifikation, also eine höhere Risikostreuung erzielen können. Außerdem sind potenziell hohe Renditen möglich. Auf der Negativseite habe ich aber auch einige Punkte. Einerseits haben wir schon mal die Gebühren. Ich sehe es so, natürlich ist immer die Rendite nach Gebühren entscheidend. Aber so ein Private Equity Fonds, der irgendwie 3,1% laufende Kosten pro Jahr hat, der muss halt auch erstmal diese 3,1% erwirtschaften, bis er irgendwie bei 0% Rendite ist. Und da hat einfach für mich ein ETF noch einen Vorteil, weil er sozusagen viel weniger Rendite erwirtschaften muss, um wirklich schon ein ganz passables Niveau zu erreichen. Außerdem muss die hohe Renditeerwartung erstmal erfüllt werden. Hier steht 14% und das mag schön auf dem Papier aussehen, aber das muss erstmal erwirtschaftet werden und man hat keine Garantie, dass das auch erreicht wird. Das heißt, man sollte sich nicht davon blenden. Weiterhin schaut man bei den Private Equity Fonds zum Beispiel ja nur auf den Net Assets Value. Sprich, die Unternehmen sind ja nicht Börsen gelistet und somit wird einmal pro Monat der Wert dieser Unternehmen bestimmt und aktualisiert. Deswegen sieht der Chart von meinem Private Equity Anteil auch so aus. Aber das ist einfach nicht so gut für die Wertbestimmung wie wirklich der Kurs an der Börse. Weil es ist ja schon ein Unterschied, wie das durch irgendein Modell bewertet wird, als wenn wirklich jemand bereit ist, in diesem Moment so viel dafür zu bezahlen. Außerdem sind die Anteile relativ illiquide, also man muss sich ja wirklich schon langfristig binden, wenn man in solche Instrumente investiert. Für den klassischen Privatanleger ist meine Meinung, dass man hier erstmal beobachten und nicht investieren sollte. Wenn du ein fortgeschrittener Investor bist, kann es aufgrund der zusätzlichen Diversifikation für einen kleinen Teil deines Portfolios interessant sein. Wenn du dich anwenden willst, nutze gerne meinen Link, das unterstützt den Kanal und macht auch solche Videos möglich. Vielen Dank!